Wolfgang Willmacher, das Multiple Myelom war schon jetzt mehrmals in Diskussion und wir wissen über die Vielzahl an Möglichkeiten in der Behandlung dieser Erkrankung. Wir haben Triple-Therapien, Quadruple-Therapien, was wir aber nicht so richtig und oft in großer Diskussion haben, ist die Sequenztherapie und dementsprechend der Vortrag oder der Titel des Vortrags, Neue Therapien bei Multiple Myelom, Optimale Therapie-Sequenzen und natürlich etwas Bidding, Evidenz versus Evidenz. Wolfgang Ja, Bert, danke für die netten einführenden Worte. Sicher das Thema, das alle umtreibt, all die Permutationen der Substanzen plus die neuen Substanzen und wie um Gottes Willen sollen wir das sequenzieren, wem geben wir was. Wir haben Gott sei Dank diverse Unterstützer für die Veranstaltung. Und die Aufgabe ist schwierig. Wie gesagt, wir haben eine Pläthora von neuen und alten Substanzen, die, die wir noch vor einigen Jahren Novel Agents genannt haben, sind ja schon lange nicht mehr Novel. Das sind jetzt ganz andere und wenn man über die möglichen Permutationen, wie man sie mischen kann, dann landet man doch bei sehr großen Zahlen. Und natürlich gibt es für die wenigsten dieser Vergleiche direkte, geschweige denn randomisierte Vergleiche. Das heißt, man ist sehr oft im klinischen Alltag dann doch irgendwo auf Eminenz und Bauchgefühl und ähnliches angewiesen. Und deshalb werde ich dieses Problem wahrscheinlich auch nicht abschließend lösen können. Aber ich kann zumindest meine Gedanken darstellen. Zuerst ein kurzer Blick, was machen wir eigentlich im Moment? Und dann natürlich die Frage, was könnte sich ändern? Welche Trends gibt es? Die frühe Intervention, die Integration der Antikörper in frühe, möglichst die erste Therapielinien und vielleicht auch Erhaltungssettings. Der Lenalidomide-Exponiert oder Refraktäre-Patient, der heute ja sehr oft schon uns in der zweiten Therapielinie über den Weg läuft, über neue Imitz, die zwar auch in Entwicklung sind und das Melflufen werde ich nicht reden, aus Zeitgründen über Beids und B-spezifische schon gar nicht. Da haben wir eben schon einen hochklassigen Vortrag gehört. Gibt aber natürlich auch neue Immunotoxine, die auch bereits verfügbar sind. Es gibt CARs und die andere Frage ist, wer soll das alles bezahlen? Gibt es Strategien, wie man vielleicht auch dann schauen kann, wann fange ich damit an und wann höre ich vielleicht auch wieder mit auf? Alle spannende Fragen fangen wir an. Es ist ganz klar, Patienten sehen heutzutage oft sehr viele Therapielinien. Wir haben gesehen, in diesen Beids-Studien waren das mit Jahren oft siebte Linien, die da gegeben worden ist. Aber wie ich anfange und wie ich weitermache, hat nach dem Satz von der Erhaltung der Energie und des Impulses natürlich Konsequenzen. Das ist wie beim Schachspielen. Ich sage dann immer, man muss immer schon den übernächsten Schritt mitdenken, wenn ich mir überlege, was mache ich im nächsten Schritt? Welche Optionen verbleiben mir noch? Was kann ich wohin kombinieren? Und das gilt natürlich für die Frage nach den Backbones, wobei wir doch inzwischen, glaube ich, der Meinung sind, dass die Frage Imit-Backbone oder Protessor-Inhibitor-Backbone doch in der Regel bei den allermeisten Patienten mit sowohl als auch zu verantworten ist. Und andererseits sehr alte Frage, soll ich risikoadaptiert behandeln oder wie Toni Palumbo immer gesagt hat, give the best bullet first and treat everyone the same. Anhaltende Diskussion, nur die Substanzen, über die man redet, haben sich mit den Jahren ein bisschen verändert. Ein kurzer Blick zum Beispiel zum Thema Lena-Ledomid-Exposure. Das ist eine kleine Analyse vom letzten EH-Gemeinschaftsproduktion aus dem Register in Toulouse, aus dem österreichischen Register und dem britischen von Gordon Cook, wo wir die Daten halt mal reingeschwissen haben. Leider hat die Firma Equia, die das zusammen mit uns gemacht hat, vor dem Kongress noch 200 Datensätze von Patienten von uns zerstört, sodass die endgültige Analyse noch in Arbeit ist. Einschlusskredit waren einfach Patienten, die zwischen 2012 und 2018 behandelt wurden, Lena-Ledomid mitbekommen haben. Wir schauen dann, in welchen Linien und dann Refraktär geworden sind. Definition bekanntermaßen, Progress unter Therapie oder innerhalb von 60 Tagen nach Ende, dasselben. Wobei die Frage, ob denn da auch die Erhaltungstherapien mit den reduzierten Dosen dazugehören, sehr strittig gewesen ist. Aus Konsensgründen hat man dann gesagt, nee, das betrachten wir nicht als Refraktär. Persönlich würde ich das eher anders sehen, aber man muss sich ja auf irgendwas einigen. Und da sieht man eben zum Beispiel, dass LOT-Line-of-Therapy halt in Österreich 60 Prozent der Patienten in der ersten Linie an Lena schon gesehen haben. In UK 30 und das auch nur, weil dann Patienten aus einer größeren Studie dabei waren. In Frankreich nur 11 Prozent. Was natürlich dann Konsequenzen hat, weil man da im weiteren Verlauf dann zweit mit den Klinientherapien vergleicht. Aber das entspricht eben der Zugänglichkeit der Substanzen, wie sie zumindest gewesen ist. Wenn man dann schaut, was wurde nachher getan, ist es halt eine wilde Mischung aus allem, was vorstellbar ist und durchaus sehr unterschiedlich. Erneut an Imit, das ist jetzt dann eher selten gewesen, natürlich im Regelfall Prozessor-Inhibitor-basierte weitere Therapien und Folgetherapien. Entsprechend sind die Ergebnisse unterschiedlich. Muss man da immer sehen. Early Interventions. Am besten ist es natürlich gar kein Myeloma erst zu bekommen. Ein theoretischer Ansatz ist der, wir wissen, dass das Rank-Ligan-System nicht nur in der Entwicklung der Myeloma-Bone-Besease von Osteodysen ein zentraler Player ist, sondern möglicherweise auch im Aufwecken von schlafenden Myelom-Zellen in ihrer Nische eine Rolle spielt über die Osteoklastenaktivierung. Und es gibt sehr schöne In-Hitro-Arbeiten aus der Gruppe von Peter Croucher, auch hochrangig publiziert. Die Idee dann natürlich auch sehen, den Fakt, dass in der Denosomab-Zulassungsstudie beim Myeloma eben ein PFS von elf Monaten gegenüber der Zulitronsäure unabhängig von der Myelom-Therapie beobachtet werden konnte. Können wir mit Denosomab nicht vielleicht die Progression verhindern oder zumindest hinausschieben? Laufende AGMT-Studie, inzwischen auch beginnend ausgerollt in Deutschland, sprich Würzburg und in Israel inzwischen auch. Denosomab gegen Placebo, spannende Frage. Rekrutierung ist im Moment ein bisschen nachhängend, also wer Hochrisikosmoldering Myeloma Patients hat nach der neuen Definition, wir haben das Protokoll da amittiert, also nach diesem 20-20-2-Schema, sprich 20% Basma-Zellen im Markt, M-Protegen größer 2 Gramm und Light-Chain-Ratio größer 20, kleiner 100, der soll jemanden kontaktieren in Innsbruck oder an einem der anderen Zentren. Ja, Early Intervention, jetzt kommt das, was San Miguel dann immer zeigt, wie verhalten wir uns beim Mama-Karzinom? Wir entdecken Vorläuferveränderungen sehr häufig und behandeln sie gleich. Wir warten nicht auf das Austreten von Metastasen. Und das gilt eben auch für Prä-Lessionen wie In-Situ-Karzinome. Beim Myelom haben wir Vorläufer-Lessionen und machen nichts und warten, bis der Patient eine fortgeschrittene Kleinkommen entwickelt. Natürlich gibt es viele Gründe, insbesondere im En-Bus-Szenario, bei Hochrisikosmolderingen ist das ja möglicherweise anders. Wir wissen natürlich, dass nur ein geringer Teil dieser Patienten problematisiert wird. Trotzdem ist die Frage, können wir da nicht besser werden in der Prädiktion? Wen können wir früher behandeln? Natürlich auch auf dem Hintergrund, dass die Patienten dann weniger, zum Teil deletäre Lesionen, insbesondere P53-Mutationen oder Deletion 17 haben, wenig komplexere Genetik und vielleicht einer Therapie oder einer Erradikationstherapie zugänglicher sein könnten. Sprich, wie dieser kleine Schwarzspitzenhai, den ich mal fotografiert habe, neben dem kann man problemlos schwimmen. Der nimmt eher Reiß aus, wenn er einen zieht. Mit dem Kollegen sollte man das wahrscheinlich besser nicht versuchen. Ein bisschen hat sich die herrschende Meinung ja schon in diese Richtung entwickelt. Im Jahr 2014 mit den geänderten Kriterien, wann wir einen Patienten als aktives Myelom bezeichnen sollten und auch behandeln sollten. Es gibt die klassischen Präp-Kriterien, die natürlich Endorgan-Schäden entsprechen. Aber wir haben jetzt eben auch die Myeloma-Defining Events, die dann die Slim-Präp-Positiven oder Early Myelomas kennzeichnen. Wir haben jörnale Plasmazellen über 60 Prozent, die Ratio der Leichtketten über 100 bei einer gewissen Minimalmenge und der Nachweis von Läsionen im MRI in einer hochwertigen Radiologie. Das ist nicht unumstritten, aber es ist auf jeden Fall, zumindest bei jüngeren Patienten, schon zu diskutieren. Und natürlich ist es andererseits schöner, jemanden zu behandeln, der nicht dialysepflichtig ist oder eine fortgeschrittenes Skeletterkrankung hat. Es gibt Daten dazu. Das wissen wir, die Studie von Marie-Win Matthäus, natürlich die bekannteste, die doch auch im Langzeit-Follow-up für die Interventionsgruppe einen Vorteil zeigt, trotz gewisser Probleme im Studiendesign. Aber es gibt eben inzwischen auch andere Studien aus den Stadien von Jagal-Loniel oder eben dieses GEM-SISA-Protokoll, was natürlich anders ist, weil hier kein LENDEX oder eine andere unterschwellige Intervention diskutiert wird, sondern das volle Programm mit Induktion und Transplantation. Man muss aber natürlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sehen diese Kurven, die sind alle sehr weit oben, schon so aus, wie wenn hier vielleicht doch zukünftig bei den Patienten, die man so früh diagnostiziert. Das würde letztendlich dann natürlich auch Screening-Programme nahelegen, doch sehr gut aus. Und das ist sicher noch zu früh im Moment, das in die tägliche Realität außerhalb von Studien umzusetzen. Aber der Trend könnte doch in diese Richtung gehen. Hat der Patient schon ein Myelom, dann muss er behandelt werden. Die größte Baustelle sind sicher die Hochrisikopatienten und am letzten Jahr hat die Katja Weisel die ersten Daten. Das ist eine Voranalyse, keinesfalls schon die abgeschlossene Studie aus diesem Concept-Trial gezeigt, also eine Studie, die explizit High-Risk-Patienten adressiert hat, was ich sehr gut finde. Die gesondert anzugehen, Endpunkt MRD-Negativität, Floh 10 hoch minus 5 nach der Konsolidierung. Patienten, die entweder der Lektion 17 und oder 4, 14, 14, 16 oder die Hochcopy-Veränderungen an 1,21 gehabt haben und auf jeden Fall zusätzlich ein ISS 2 oder 3. Ein Zyklus konnte vor Inklusion bereits gegeben werden, weil das oft natürlich Patienten mit einer entsprechenden Tumordynamik sind. Ansonsten die üblichen Kriterien. Was wurde gegeben? Isatux, Bilzomib, Revlimit und Dex. Sowohl Transplant- wie Non-Transplant-Arm. Sie sehen hier sechs Induktionszyklen im Transplant-Arm. Dann natürlich die Mobilisierung, Transplantation, gegebenenfalls sogar Tandem. Nochmal eine Konsolidierung mit vier weiteren Zügen und eine Erhaltung mit allen drei Substanzen Isar-Ka-D. Des Weiteren am Non-Transplant-Arm natürlich ohne die Transplant-Arm, aber dieselbe Zahl an Zyklen und auch die Haltung. Natürlich ohne D, habe ich vorhin gesagt. Das stimmt natürlich nicht. Es ist ausrekrutiert. Wir haben aber nur die ersten 153 Patienten gesehen. Sie sehen, es ist ein extremes Hochrisikokollektiv, definiert durch die Einstosskriterien über 50% der Lektion 17b. Oder für 14 in einer unselektierten Kohorte wären wir da eher bei 15% maximal. Und Sie sehen hier, Response nach der Induktion schon wirklich. Keine Therapieversager, eine sehr hohe Remissionsrate für dieses Kollektiv. Also durchaus sehr ermutigende erste Signale und am Ende des Tages, ja, man muss natürlich auf Infektionen achten. Das wundert einen bei diesem intensiven Schema nicht. Das wissen wir auch von den Cafilzumib-Antikörperkombinationen in anderen Settings. Andererseits natürlich keine Neuropathie ohne die Erkrankungsvorbestehende, die es natürlich auch gibt, kein Death-on-Study. Das ist ein Konzept, was in diesem oder vergleichbarer Konstruktion sicher weiterverfolgt gehört. Und die Schlussfolgerungen sind natürlich, wir warten gespannt auf die Endauswertung. Selbstverständlich gibt es auch jetzt schon die Möglichkeit, Transparnationskandidaten einem ähnlichen Konzept zuzuführen in Österreich und Deutschland, nämlich die DSM-17-Studie, hier in dem Fall mit Elotuzumab-KRD, auch hier fünf, sechs Zentren in Österreich, unter anderem Innsbruck, die rekrutieren. Ich muss mich auch noch mal bei Bernd Hartmann bedanken, der uns die Patienten ja dann für den Transpanteil zuweist. Das waren gar nicht so wenige. Die Studie läuft sehr gut von der Rekrutierung. Ich weiß gar nicht das Stati-Diagramm. Rechts ist noch mal die MM3-Studie, aber das linke ist das Richtige. Also hier bitte junge Patienten gezielt zuweisen, weil auch der Kontrollarm mit KRD alleine natürlich in der Routine nicht so ohne weiteres verfügbar ist. Im Rezidiv natürlich, weil die wenigsten Patienten im Moment natürlich außerhalb einer Studie im Erstklinienzettling der Filzimik und Antikörper sehen, auch wenn sich das vielleicht bald ändern wird. Im Moment ist das natürlich die wirksamste Kombination in der zweiten, manchmal auch dritten Linie. Und wir haben zwei große Studien für beide Antikörper. Einmal natürlich das Kandor-Trial, auch hier 1-3-Vorttherapien, die üblichen Klauseln. Und auch hier MAD-Analysen mit, obwohl der primäre Endpunkt wie bei Phase 3 ja fast ehemalige PFS gewesen ist. Und wir sehen natürlich für die Kombination gegenüber einem Endeavor-like Vergleichs einen klaren Vorteil im PFS, vor allem aber eben nicht nur in der Ansprechwarte, sondern in der Tiefe des Ansprechens sehr viel mehr Patienten im CR beziehungsweise auch MAD-Negativ bei vertretbaren Toxizitäten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Infektionen sind deshalb auch muss sich ja im Verhältnis am meisten achten muss. Thrombopenie, Anämie, das kennt man natürlich. Aber insgesamt, trotz allem feasible, die meisten Patienten haben es durchgestanden. Und das gilt vergleichend natürlich für die Kombination mit dem zweiten Anti-CD98-Antikörper. Ganz genauso, auch hier der Vergleichsarm 18-7, mit 19,1,5 Monate in der Enderwa-Studie, KD 18-7, also sehr gut nachgebildet, realistischer Vergleich und im Moment sicher im Redabs einer der besten Dinge, die wir zur Verfügung haben. Natürlich ist Promolido mit auch immer eine Option, weil in der ersten Linie ja sehr selten gegeben, deshalb haben wir auch hier nochmal ins Register geschaut, die Datenaktivverwahlen hatten der DGAO gerade präsentiert, retrospektiv 2010 bis 2020 knappe 80 Patienten. Das Vergleichskollektiv sozusagen die Zulassungsstudie von Promolido mit MM03, damals PFS vier Monate, wobei man sagen muss, das war natürlich vom Design eine Sechstlinien-Studie mit Jahren, fünf Worttherapien. Und viele Optionen standen natürlich erhörlich im weiteren Verlauf nicht zur Verfügung, die wir heute haben. mehr als die Hälfte der Patienten war Promdex-Kombinationen seltener, wobei man sieht, dass in den Kororgen, die jetzt nachkommen, natürlich die Kombinationen mit Antikörpern sehr stark zugenommen haben. Und wir sehen, es wird zum Teil sehr früh, also immerhin 45% in der Zweitlinie eingesetzt, 30% in der Drittlinie, also sehr viel früher wie in der MM03. Und deshalb dann doch im richtigen Leben ein erstaunlich gutes Oberholz-Hurrival von knapp 40 Monaten. Das zeigt schon, dass das eine Substanz ist, die natürlich wirksam ist und im Regelfall eigentlich auch über längere Zeiträume gut toleriert wird. Auch hier die Infektion, das ist auch, was wir am meisten achten. Viel besser ist es natürlich in Kombinationen vom Dex-Elo, nach dem Kaffezimit-basierten Regime, mit Dauer unter Umständen dann ein guter nächster Schritt oder jetzt nichts Kreuzwerkliches sozusagen haben. Daten von Thomas Dimopoulos damals gezeigt und auch natürlich inzwischen lange publiziert und nicht mehr in Press. Man hat immer wieder den Eindruck, vor allem bei Patienten, die nicht ganz so dynamisch progressieren, sind häufig sehr gut und auch lange wirksam. Und man muss auch daran denken, das Iratuzumab nützt uns nur was, solange ich noch ein Imit zur Verfügung habe. Also wenn wir jetzt Mazzalido mit beiseite lassen, wenn ich in die nächste Imit-basierte Linie gehe, dann sollte ich es, wenn es geht, eigentlich dann dazunehmen, weil alleine ist es sinnlos zu geben, die monotherapeutische Wirksamkeit ist gering. Wenn Patienten dann aber mal gegen CD38-Antikörper und damit einhergehend sehr häufig auch gegen andere Dinge Refraktär oder zumindest Exposed sind, dann werden die Ergebnisse sehr viel schlechterer. Die kritischste Gruppe im Moment oder der Anmethnid, dieser Penta-Refraktären Patienten, also die zwei Imitz-2-Protason-Inhibitoren und CD38-Antikörper gesehen haben und bei denen auch jeweils Nicht-Wirksamkeit vorliegt mit Exposed Refractor. Die kann man im Einzelfall ja lange mal diskutieren, aber es ist ganz klar, das sind Patienten mit einem sehr bescheidenen, mittleren Überleben, das eher unter einem Jahr liegt und da braucht es ganz sicher neue Ideen. Wenn der Antikörper alleine nicht hilft, dann muss man den Antikörper eben aufmotzen, wie man Pimpen vielleicht noch am besten übersetzen kann. Da gibt es verschiedene Optionen, über einen Teil davon hat der Hermann Einzel schon sehr lange gesprochen, warum P-SIMA ein gutes Target ist, wurde auch schon diskutiert, man kann es eben angehen mit P-spezifischen, mit KAS. Man kann es aber natürlich genauso auch mit Antibody-Track-Konjugaten oder Immun-Topsinen angehen und ich werde jetzt ein bisschen was zu belannten auch noch dorthin sagen, weil diese Substanz halt bereits verfügbar ist über ein Early-Access-Programm und dann demnächst auch einfach zu bestellen. Zulassungsstudie, die sogenannte TRIM2-Studie, der Handelsname ist jetzt übrigens BLENREP, woher auch immer sich das ausgedacht hat, war eine zweiärmige Phase-II-Studie, wobei die Randomisation zwischen zwei verschiedenen Dosierungen gewesen ist. Drei oder mehr Therapielinien im realen Patienten-Set waren es dann deutlich mehr und die eben Refaktorität auf Imits, auf Protessoruminhibitoren und oder Intoleranz oder den CD38 und den CD38 Antikörper. Also eine durchaus problematische Gruppe plus die üblichen Klauseln. Die zwei Dosierungen haben jetzt nicht einen großen Unterschied gemacht, wie Sie hier sehen. Wenn Sie gesehen haben, wie vorhin das mittlere Überleben in der Trippel-Refraktären Kohorte war, dann ist das hier dann natürlich schon mal deutlich besser und das bei jetzt nicht sehr hoher kompletter Emissionsrate, aber doch einer guten Tumorkontrollrate und das ist schon erst mal ein guter Ansatz und natürlich was, was auf der Schelf verfügbar ist. Toxizitäten, da gibt es nur ganz was Neues. Ich habe zum Konstrukt selbst gar nicht viel gesagt. Das ist auch ein V-Dotin, sprich des Agens, das Toxin ist am Ende eben auch das berühmte Monomythyl-Austatin-E, es ist aber ein bisschen anders verlinkt. Das ist auch ein Mafodotin und kein V-Dotin. Das hat man gemacht, weil man gedacht hat, wir kriegen damit vielleicht diese Neurotox weg, die uns beim Prenfuximab doch bei Langzeittherapien immer wieder Ärger macht. Hat funktioniert, die Neurotoxizität spielt tatsächlich keine große Rolle, aber dafür tritt bei dieser Substanz nicht ganz selten eine korneale Toxizität auf, neben der Thrombozytopenie, die den Hämatologen nicht so sehr erschreckt. Sehstörungen, Keratitisika, korneale Wucherungen, also die Patienten müssen augenärztlich kontrolliert werden, sie müssen sich ihre Augen feucht halten, Steroid-Tropfen haben sich eigentlich in der systematischen Untersuchung als nur begrenzt hilfreich erwiesen. Das Wichtigste ist, wenn das dann anfängt, Therapien zu prolongieren, beziehungsweise Dosisreduktion zu betreiben, wenn es rechtzeitig tut, wird es eigentlich schnell wieder besser. Wir haben jetzt auch zwei Patienten laufen, einen erst sehr kurz, aber der andere war immerhin auch in einem Achtlinien-Setting und hat bisher gut angesprochen. Wie immer natürlich zielgerichtete Therapien in weiter nach vorne zu bringen oder auch in interessante, andere Kombinationen zu bringen. Also Stream9 wird eine Erstlinien-Studie werden, also VAD plus minus im Non-Transplant-Setting. Es gibt auch Studien wie Stream5, die eine Menge interessanter neuer zusätzlicher Partner, also alternative Checkpoint-Inhibitoren bzw. Gamma-Secretare Inhibitoren, also Substanzen, die die BMCA-Expressionen hochhalten sollen, mit hinzuzunehmen. Ganz neue Aspekte kommen da sicher dazu. Natürlich gibt es auch zelluläre Produkte, über die werde ich ganz kurz ein bisschen was sagen. Es gibt, wie wir vorhin in einer Tabelle schon mal gesehen haben, da natürlich auch schon wieder X-Kandidaten. Ich habe mich jetzt mal auf das BB2121 fokussiert, weil das ein Testkonstrukt ist, was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zuerst zur Zulassung gelangen wird. Grundlage sind die Daten dieser CARMA-Studie. Man hätte natürlich auch für ein alternatives Gratitude zeigen können, aber wie gesagt, wir rechnen damit, dass das Eidesel ein bisschen früher verfügbar wird. Ganz klassischer Ansatz, mehr als drei Vorterapien, real waren es dann viel mehr. Und natürlich X-Post auf Imid-Protesomen-Inhibitoren anti-CD38, Exposed nicht Refractory, aber Refractor auf die letzte Therapielinie. Primärer Endpunkt erst mal die Response und dann die üblichen sekundären Austestungen verschiedener Dosen. Bridging war erlaubt, ist es auch breit eingesetzt worden, man hat allerdings, ich habe eine Analyse gesehen, dass die Patienten wenig von profitiert haben. Was durch die Einschlusskriterien, ja, wenn ich keine Imid-Skeine-Protesomen-Inhibitoren und kein CD38 mehr habe, dann bleibt zum Bridging jetzt auch nicht so furchtbar viel, auch wenn die Erkrankung so hoch aktiv ist, das große Tumormasse, gut, dann kann man noch über Chemotherapien nachdenken, wo ich dann aber wieder Toxizitätsprobleme natürlich bekommen kann. Der Turnaround war in der Studie für die Produktion der Produkte auch deutlich besser wie in den Lymphom-Studien, was aber sicher eher mit den Erfahrungswerten, die halt zusehends reinkommen, auch mit der Eröffnung von Produktionsstätten in Europa etc. zu tun haben. Sehen hier, ja, natürlich entsprechende Hochrisikokohorte, 35% genetisch, High Tumor Burden, die Hälfte der Patienten, fast 40% mit extra medulärer Erkrankung, praktisch alle auch schon ortholog transplantiert, 88% wurden gepridged und CD98 Refractory 94%, Triple Refractory dann am Ende doch 84% und Median 6-4-Therapien, also für den Einschiffskriterien hätten es ja auch drei sein können, sprich, wir reden von einer Siebtlinien-Kohorte, das muss man sich vor Augen halten, wenn man die Ergebnisse sieht. Das Ansprechen, das sieht nur erstmal doch sehr überzeugend aus, also Over-Response mit der höchsten Zelldose ist 82%, davon durchaus auch komplette und auch MAD-negative, immerhin 26% komplette MAD-negative und das ist in so einem Setting natürlich erstmal überragend gut, das ist gar keine Frage. Das Problem ist die Haltbarkeit, das ist jetzt hier Duration of Response, die PFS-Kurve sieht vom Style letztendlich genauso aus, was irgendwo bei knapp einem Jahr, so um die elf Monate und im Gegensatz zu den Lymphomkurven ist hier von einem Plateau leider so gar nichts zu sehen. Das ist, wenn man sich auch an den Kosten vorstellt, dann natürlich keine einfache Diskussion für diese Konstrukte, aber man muss sagen, die siebte Linie ist vermutlich nicht der richtige Platz für diese Therapien, sondern da muss man sich hier auch ganz andere Konzepte, High-Risk, Upfront, etc. Konsolidierung und ähnliches zukünftig nachdenken. Von der Toxizität, die Konstrukte ist wahrscheinlich doch etwas günstiger als die CD19 basierten, hier die CRS-Daten, ja, kommt schon häufig vor, natürlich bei den höheren Dosen häufiger wie bei den niedrigeren, aber die ganz schweren Verläufe, gerade 4, gerade 5, gibt es erfreulicherweise, selbst bei der ganz hohen Dosis ist nicht bei 300 Millionen gab es einzelne Ereignisse, einen Todesfall, aber insgesamt mit dem adäquaten Management, also die Hälfte der Patienten hat auch ein Tocilizumat bekommen und ein weiteres Achtel auch ein Steroid, handelbar und da spielt natürlich die zunehmende Erfahrung auch eine Rolle, je mehr Patienten werden, welche Indikationen auch immer zu behandeln, umso mehr schleift sich das ein, das Gleiche gilt natürlich auch für die Neuro-Toxizität, die hier tatsächlich in der höchsten Nose drei Patienten, ja aber insgesamt von den 54 auch hier handelbar mit Steroid, 5, 8% in der Gesamtkarte haben wir ein Steroid bekommen, das ist dann verhältnismäßig weniger als in den Notomstudien sicherlich. Ja, das soll man jetzt alles machen und dann muss vielleicht auch noch kombinieren, die Frage wurde ja schon aufgerufen, da gibt es natürlich finanzielle Toxizitäten auch und ein möglicher Ansatz, wie wir aus dieser Falle vielleicht ein Stück weit rauskommen, zeigt zum Beispiel hier dieses Master-Trial, was am letzten Esch gezeigt worden ist, wo eben Therapie-Elemente gezielt MAD getriggert, sprich hochsensitive Flow oder NGS Plus entsprechende Bildgebung, weil es ist nie die Funktion alleine, das gehört natürlich auch dazu, eben gegeben oder nicht gegeben wurden und wenn man sich hier die MAD-Negativitätsdaten anzieht, dann sind die ja zum Teil wirklich großartig hoch, selbst in der Hochrisikokohorte 83%, das ist natürlich eine Frontline-Studie, beeindruckend gut und möglicherweise ein Weg ein Stück weit da raus zu kommen. Natürlich muss man davon warnen, zum jetzigen Zeitpunkt in der klinischen Routine seine Therapieentscheidungen an NGS festzumachen, die Studien müssen erst abgeschlossen werden, die einerseits die Frage beantworten, gibt es Zeitpunkte, wo ich deeskalieren kann und umgekehrt die Frage beantworten können, wann steige ich denn wieder ein mit der Therapie sozusagen, behandle ich schon das molekulare Rezidiv oder tue ich den Patienten nur seine therapiefreie Zeit und Lebensqualität vermindern durch die frühe Intervention. Das müssen wir alles noch abwarten. Messen tun wir trotzdem in bestimmten Situationen bei Therapieabschluss etc. Jetzt nicht um jemanden zu sagen, er soll keine Erhaltung machen, aber zumindest die Patienten, die aufwärtig sind, die wird man natürlich doch ein bisschen enger im Auge behalten, aber im Moment ist es natürlich leider nur nice to know ohne direkte Konsequenzen. Aber sehr gut vorstellbar sich doch in überschaubarer Zeit ändert. Die Standard ist gut für den Euroflow Konsensus und so, das ist eigentlich gut machbar. Man sollte sich halt an Studien beteiligen, wo sowas gemessen wird und dann die inhäusigen Ergebnisse matchen, dann bekommt man ein Gefühl dafür, wo man steht. wie gesagt, das Ziel ist natürlich nicht die Einpunktmessung, sondern Sustained Emmer, die jeweils ein bisschen schon ein Problem ist, den Patienten auf Dauer zu vermitteln. Das heißt, hier müssen die Labore natürlich schon noch an den Sensitivitäten drehen, vielleicht auch andere Verfahren, zirkulierende DNA, etc. Am Ende des Tages werden wir, um das richtig in die Routine umzusetzen, einen Test im Peripheren Blut brauchen, mit der entsprechenden funktionellen Bildgebung. Und jetzt bin ich offen für Fragen und Versuche diese zu beantworten. Wolfgang, vielen, vielen Dank für diesen umfassenden, zusammenfassenden Vortrag, der sicher nicht leicht war, zusammenzustellen, aufgrund der Komplexität der Therapie möglich. Meine erste Frage zieht sich ab, High-Risk-Patienten Firstline-Therapie. Wir haben unsere Studie, die DSM-M17, logischerweise soll jeder darin behandelt werden, auch nicht Risikopatient. Wie würdest du allerdings Patienten behandeln, die nicht in die Studie können, die klare Kontindikation haben und trotzdem eine Delizion 414 beispielsweise aufweisen, die wir meistens logischerweise erst nach dem ersten Zyklus sehen, weil die Zytogenetik ein bisschen länger braucht, als wir mit der Therapie beginnen. Würdest du so jemand auf ein ISA-KD umstellen, so wie die Frau Professor Weißel in der Studie gezeigt hat? Ja, die Daten sind natürlich sehr präliminär. Also wollen würden, tue ich das schon, beziehungsweise außerhalb der Studie wird es natürlich auch mit dem KM-Backbone schon ein bisschen schwierig, wobei ich mich da wahrscheinlich bemühen würde, das zumindest zu bekommen. Ich denke, die Frage bei diesen Patienten ist dann natürlich immer, man muss den Verlauf anschauen, wie schnell gehen die hinunter mit ihren Gradienten, weil da haben wir ja jetzt leider gerade den Patienten gesehen, den er uns geschickt hat, der erste Versager in der 17er-Induktion war, den ich gesehen habe, wobei er natürlich am Kontrollarm war. Aber da ist er dann denke ich so im Post-Transplant-Bereich, wenn man denn da hinkommt, das sind ja die Patienten, wo ich dann nicht genau hinschauen muss und über Tandem nachdenken würde und oder Konsolidierung im weiteren Verlauf, weil das sind Therapie-Elemente, die leichter verschreibbar sind, wobei ich schon der Meinung bin, dass da die Richtung klar Richtung Quadruplett geht, und wahrscheinlich natürlich nicht nur für die Heilspatienten, weil bei jeder Myelom-Therapie, egal wie sie heißt, sehen wir ja immer, dass der Benefit für die Standardrisikopatienten ja eigentlich deutlich größer ist bei optimaler Behandlung, aber umso wichtiger ist es natürlich, diese Kohorten in eigenen Studien mit innovativen Konzepten anzuschauen, machen, weil das sind nach und vor diese Birkitt-Myelomas, sage ich dann bei manchen Patienten immer, es gibt halt indolente Myelomas und es gibt very aggressive Myelomas, da brauchst du sicher andere Ansätze und bei so einem Patienten, mit dem den Ansatz schickt, ist natürlich auch zu diesem Zeitpunkt, würde ich dann doch immer frühzeitig auch die Spenderabklärung im Hinblick auf eine nicht zu spät im Verlauf der Gesamttherapie Angesetzte aller Transplantation mit bedenken. Die Patienten haben sicher den größten therapeutischen Need. Gibt es sonst Fragen von den Teilnehmern? Bitte, bitte. Gerne. Wolfgang, also ich war gestern in der Diskussion, da tauchte eine sehr interessante Frage oder Überlegung auf, weil wir sind ja nach wie vor in der Situation, und wir hoffen natürlich, KAD plus ELO, KAD plus DARA, KAD plus ISA wird die Ergebnisse beim Myelom noch mal deutlich verbessern, aber es sieht ja nach wie vor so aus, dass wir eine sehr, sehr kleine Zahl von Patienten letztendlich mit Myelom heilen können. Und es gibt ja zwei Ansätze, der eine Ansatz, den hast du ja sehr schön dargestellt, man geht wieder noch früher in die Therapie, das heißt, man fängt schon das Smoltering Myeloma anzubehandeln und die zweite Möglichkeit, man intensiviert die Therapie nochmal und da wäre sicher die Strategie dann, die spezifische Antikörper, KT-Zellen oder was du auch dargestellt hast, Antibody-Track-Konjugate dann mit einsetzen. Und da kam jetzt ein Vorschlag von einer amerikanischen Kollegin, die gemeint hat, wenn wir heilen wollen, dann müssen wir ganz früh und dann ganz massiv also Smoltering Myeloma, Quadruppel Induktion, Transplantation und anschließend KT-Zellen. Was hältst du von so einer Strategie? Also gut, theoretisch ist es natürlich sicher so, dass so eine Strategie wahrscheinlich ein kuratives Potenzial hat. Das Grundproblem ist natürlich schon, dass das für auch einen Großteil dieser Kohorte natürlich ein massives Overtreatment darstellt und wir sind nicht gut genug im Moment zu prädiktieren, wer jetzt die sind, für die das der richtige Ansatz ist. Da müsste man glaube ich diese Kohorte schon wirklich auch nochmal molekular stratifizieren, wirklich nach Ultra-Risk-Parametern RAS und was haben da alles noch vielleicht einfällt, ist ja gar nicht Mück, auch nicht selten beim Erlauben und wirklich einen entsprechenden Score entwickeln und dann sagen, okay, diesem Subset von Patienten bieten wir das an, Proof of Principle für den gemeinen Smolderer lande ich doch in einer Situation, wo ihr ein sehr toxisches und teures Gesamtkonzept auf eine Kohorte ziehe, von dem viele das vermutlich dann doch nicht brauchen, was die Sache schwierig macht. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn ich so früh einstecke, habe ich wahrscheinlich die höchsten Chancen, das zu erreichen, aber ich kann auch nicht mit der Straßenbahn rumfahren und jedem Nalo-Transformation anbieten. so hätte ich es auch etwas eingestellt. Ich denke, mit den vielen Stratifikationsmöglichkeiten, wir haben es ja von Clemens Schmidt vorher auch fürs Lymphom sehr schön gesehen und beim Myelom sind wir ja auch zunehmend auf dem Weg, dass wir Subgruppen vom Myelom definieren können, die eher besser, eher schlechter verlaufen. Ich denke auch, dass so eine intensive Strategie wahrscheinlich vor allem für die Hochrisikopatienten etabliert werden sollte. Gerade der Patient, der jetzt von Herrn Hartmann vorgestellt worden ist, mit der Translokation 414 schlechtes Ansprechen auf KRD, das wäre sicher ein Patient, wo man eben gerade intensive Therapien wie KT-Zellen oder eben auch eine allergene Stammzelltransplantation dann sicher frühzeitig evaluieren sollte. Wir hatten die Stammzellen des Patienten ja schon zur ersten Nachdarmobilisierung prokrediert, das heißt, er ist jetzt erstmal da, kriegt seine Autologe, weil das halt sehr kurzfristig machbar war, die Spendersuche läuft und dann muss man halt schauen, wo man nach der Autologen landen, lieber den konsolidieren oder weiterfahren, aber das ist ja wirklich ein ganz junger Patient, der ist ja keine 50 Jahre alt, muss man sich ja über so ein Konzept nachdenken, ist keine Frage. Jakob, bitte. Wolfgang, ich hätte eine Frage und zwar, wenn wir jetzt wieder so die visionären Aspekte aufgreifen, wir haben ja recht gute Daten in Bezug auf die CAR-T's bei den Lymphomen, wir wissen ungefähr, wo wir sie einsortieren, aber grundsätzlich wünschen wir uns ja auch eine etwas frühere Linie, weil wir sagen, wahrscheinlich ist da das Ansprechen besser, Summa 7 Belinda sind sicher abzuwarten, aber es könnte ja sein, dass das in die Richtung abzielt. Beim Myelome ist das bei weitem ja nicht so gut abgesteckt. Du hast selber sehr schön gezeigt und auch der Professor Einzeller hat das angedeutet, dass das ganze ja recht spät sozusagen eingesetzt wird bei Pentarefaktären Patienten, das ist an sich nicht wirklich sehr sinnvoll, oder? Das kann nicht das kollektiv sein. Jetzt meine Frage an dich. 10 Monate PFS oder 11 300.000 Euro raushauen und das sind die Gesamtkosten, das wird sich nicht spielen. Genau, jetzt die Frage, wo positionieren wir sozusagen CAR-T's? Wir sehen, dass CAR-T's eigentlich ein sehr hohes Ansprechpotenzial liefert, oder? Wir haben eine MAD-Negativität nahezu bei jedem schwer therapierten Patienten. Was hältst du von der Idee, wenn wir sagen, CAR-T ist ein Tool, um eine tiefe Remission zu erwirken, wenn wir es so zum Beispiel machen, wie ein sehr schönes Setting vom MD Anderson verfolgt, wo man Patienten mit High-Risk Features, also ein High-End Myelom sozusagen, High-Grade Myelom, mit dem Tool der CAR-T's in die MAD-Negativität getrieben wird und dann vielleicht auf dem basierend in die Allo zu gehen. Das ist vermutlich für diesen Subset an Patienten eine ziemlich gute Strategie. Natürlich kann man das nicht freihändig machen, da braucht man natürlich entsprechende Protokolle dafür, weil wenn das Eidesel wird ja wahrscheinlich im Laufe 21 irgendwann verfügbar sein, kommt jetzt mal sehr darauf an, im täglichen Leben, wie das Label dann am Ende des Tages formuliert sein wird. Gerüchteweise habe ich gehört, das Label wird heißen Prokredent nach Imiprotesomen Inhibitor und CD38. Wenn es tatsächlich so im Beipackzettel steht, würde das natürlich bei manchen Patienten schon den Einsatz in der zweiten Linie gestatten. Da würden wir wahrscheinlich, wenn das so wäre, viel daraus lernen, weil ich sage, diese Siebklinien kollektiv, okay, das Proof of Principle und die Ansprechpartner sind ja sehr schön, es hält halt nicht. Aber natürlich, ich denke schon, wir müssen unbedingt Studien machen, wo diese Dinge, meiner Meinung nach, zumindest bei den Hochrisikopatienten schon in die erste Linie integriert werden, sei es als Konsolidierung oder verglichen mit der Autologen oder dreiamig mit A oder B oder AB. Das wären wahrscheinlich Ansätze, aus denen wir wirklich, was wir den Stellenwert lernen können. Wir bedanken der Bern und ich und uns nochmal bei allen Teilnehmern, natürlich bei allen Referenten. Ich glaube, die Beiträge waren jetzt wirklich ansprechend, meiner Meinung nach, alle, von meinem eigenen will ich jetzt nicht reden. Natürlich auch bei den Sponsoren, die das Ganze möglich gemacht werden und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man sich auch irgendwann mal wieder in Person wieder sieht, weil das hat dann doch nochmal einen anderen Charme, aber man muss sich halt so lange über Wasser halten und insofern sind solche Dinge dann doch nützlich und alle haben immerhin einen Samstagvormittag dafür geopfert, dafür nochmal extra Dank und ein schönes Wochenende restliches Wochenende an alle, hoffentlich auch mal ein bisschen Entspannung, bevor die Bordsteine wieder hochgeklappt Wiederschauen Danke Tschüss. Tschüss.